Gewerbeimmobilien sind der eine Punkt, den ich mir wünschen würde, schon früher gekannt zu haben, als ich gestartet bin mit dem Thema Kurzzeitvermietung. Warum Gewerbeimmobilien für dich der Schlüssel sind, Kurzzeitvermietung richtig nach vorne zu bringen, darüber sprechen wir heute und ich möchte dir einen kompletten Überblick über das Thema Gewerbeimmobilien geben. Damit willkommen zurück bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann, ich betreibe aktuell etwas über 70, demnächst wieder über 100 Immobilien, Einheiten im Bereich der Kurzzeitvermietung, Apartments, Zimmer, die wir vermieten über Airbnb, über Booking.com und andere Portale und ich betreibe das Ganze mit Gewerbeimmobilien. Und das ist etwas, was ich am Anfang meiner Reise noch gar nicht kannte, denn 2019, als ich mit meiner allerersten Ferienwohnung gestartet bin, das war eine ganz normale Wohnung. Eine Wohnung, die wir dann irgendwann zur Ferienwohnung umgewandelt haben, aber das Thema Gewerbeimmobilien war mir damals noch gar nicht geläufig. Und ich würde mir wünschen, von Anfang an auf diese Karte Gewerbeimmobilie gesetzt zu haben. Wir haben das 2021 für uns erkannt, das komplette Businessmodell bei uns umgebaut und heute wachsen wir ausschließlich mit Gewerbeimmobilien und aus meiner Sicht ist das für die Zukunft wirklich der Schlüssel. Was hat es jetzt also mit diesen Gewerbeimmobilien auf sich? Warum sind die vielleicht besser geeignet für Airbnb, für Booking.com, um Kurzzeitvermietung wirklich als Business aufzubauen? Nun, das ist ganz einfach. Gewerbeimmobilien, das sind keine normalen Wohnungen. Und das ist aus meiner Sicht in der aktuellen Situation, in der wir in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sind, auch der entscheidende Grund, warum sie besser sind für das Geschäft der Kurzzeitvermietung und nachhaltiger sind. Denn Wohnraum wird immer knapper. Der Neubau ist aufgrund der ganzen Zinssituation wirklich zusammengebrochen. Dementsprechend kommen keine neuen Wohnungen auf den Markt dazu. Und zeitgleich haben wir entsprechenden Zuzug. Das heißt, Wohnungen werden immer gefragter. Es kommen keine neuen dazu. Das heißt, der Druck auf die bestehenden Wohnungen, der wächst. Und jetzt versucht natürlich auch der Gesetzgeber, hier irgendwo einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, hey, wir wollen nicht, dass für sowas wie Airbnb oder irgendeine andere Nutzung als normales Wohnen eine normale Wohnung verwendet wird. Und in der Folge kommen immer neue Regulierungen auf. Im Inland, in Deutschland zum Beispiel, wo Zweckentfremdungssatzungen erlassen werden. In Wien, wo es auf einmal verschärft wird und so weiter. Ist auch absolut verständlich. Finde ich auch gut, dass das passiert. Aber diese Regulierungen, die beziehen sich eben auf ganz normalen Wohnraum. Jetzt gibt es aber eben Gewerbeimmobilien. Und auf die beziehen sich diese Regulierungen nicht. Das heißt, Gewerbeimmobilien, die sind sogar geeignet, um in einer Stadt wie München oder Berlin Kurzzeitvermietung legal betreiben zu dürfen. Denn die Satzungen, die es dort gibt, die sollen den Wohnraum schützen, nicht aber die Gewerbeimmobilien. Weil Gewerbeimmobilien, das ist ja wirklich vielfältig. Das kann ein Büro sein, eine Praxis. Aber auch Hotels beispielsweise sind Gewerbeimmobilien oder Apart-Hotels beispielsweise. Und die sind natürlich nicht betroffen von diesen Regulierungen. Das ist also das Erste, was man verstehen muss. Für die Zukunft wird es einfach mehr solche Regulierungen geben. Demzufolge wird es sowieso immer schwieriger werden, irgendwie mit normalen Wohnungen zu hantieren. Zumal der Wohnraum ja ohnehin immer knapper wird und man vielleicht auch gar nicht eben auf die Wohnungen zurückgreifen möchte. Das andere Ding bei Gewerbeimmobilien ist einfach Angebot und Nachfrage am Markt. Denn was wir momentan einfach am Gewerbeimmobilienmarkt haben, ist, dass die Nachfrage nach beispielsweise Büroflächen oder Praxen enorm gesunken ist. Zum einen, seitdem in der Pandemie das Thema Homeoffice wesentlich weiter nach vorne gekommen ist. Zum anderen aber auch, weil momentan in der wirtschaftlichen Lage einfach viel weniger Gewerbeimmobilien angemietet werden. Das ist auch der Grund, warum wir dieses schöne Büro, in dem wir mittlerweile sind, wirklich zu einem richtig günstigen Quadratmeterpreis bekommen haben, weil einfach nicht viel Nachfrage da ist. Jetzt hast du aber mit dem Thema Kurzzeitvermietung, Vermietung von Ferienwohnungen, Service Apartments, durchaus einen Markt, der immer noch am Boomen ist. Das heißt, du hast eine Nachfrage bei deinen Kunden. Und auf der anderen Seite hast du jetzt ein Angebot an Immobilien, die dafür in Frage kommen, was sonst weniger nachgefragt wird. Ergo hast du eine viel, viel bessere Verhandlungsposition und die Eigentümer von Gewerbeimmobilien sind in der Regel auch wesentlich offener, weil wesentlich erfahrener, als jetzt der Vermieter von einer einzelnen Wohnung, die er irgendwie besitzt. Das heißt, die Verhandlungssituation ist da auch schon eine viel, viel bessere. An dieser Stelle möchte ich dir noch eine kurze Anekdote erzählen, wie ich ursprünglich draufgekommen bin, dass wir gesagt haben, hey, warte mal, eigentlich müsste das mit Gewerbeimmobilien ja auch gut funktionieren. Und zwar habe ich, bevor ich überhaupt mit der Kurzzeitvermietung angefangen bin, nebenbei immer so verschiedene Side-Tassels gemacht. Ich habe zum Beispiel Events veranstaltet. Und irgendwann war ich mal auf der Suche nach einer Lagerfläche für mein Event-Business, was ich damals hatte. Und dann war ich bei eBay Kleinanzeigen am Suchen, habe ein Lager gefunden im Nachbarort. Und dann bin ich in diesen Nachbarort gefahren, habe einen Besichtigungstermin von dem Lager gemacht. Und das war so eine Halle, mehr oder weniger, mit einem Lager da drin. Und dann haben wir uns das angeguckt, der Eigentümer und ich. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, hey, hast du auch Interesse an einem Büro? Ich hätte hier oben im ersten Stock noch ein 90-Quadratmeter-Büro. Und dann dachte ich mir, ja top, gucke ich mir an, eigentlich nicht, aber wenn ich schon mal da bin, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Und jetzt gehen wir durch dieses Büro durch und da war eine richtig schöne Küche drin. Da waren Badezimmer drin mit Dusche und Badewanne. Da waren Räume perfekt für ein Schlafzimmer, perfekt für ein Wohnzimmer. Und nochmal, das war weit bevor ich Kurzzeitvermietung überhaupt gemacht habe. Aber ich habe den Eigentümer damals gefragt, hey, das sieht eher aus wie eine Wohnung als ein Büro. Und dann hat er mir erzählt, naja, pass auf, das sollte eigentlich auch eine Wohnung werden. Und so habe ich das Ganze auch geplant und dann gebaut. Aber dann hat man mir gesagt, nee, nee, Langfristwohnen geht hier nicht, weil das ist ein Gewerbegebiet. Hier darf man nicht dauerhaft wohnen. Das ist einfach nicht zulässig. Und dementsprechend, diese Wohnung ist nicht dauerhaft für, ich sage mal, eine normale Langzeitvermietung geeignet. Es ist nicht erlaubt, das da zu machen. So, das ist die Geschichte, weit bevor ich Kurzzeitvermietung gestartet habe, die sich mal zugetragen hat. Dann bin ich irgendwann draufgekommen, habe daran zurückgedacht und mir gedacht, warte mal, Langfristwohnen war da gar nicht erlaubt. Weil Gewerbegebiet, deswegen war es entsprechend auch nicht dort genehmigungsfähig, aber eine kurzfristige Vermietung, eine gewerbliche Vermietung, die hätte da stattfinden dürfen. Und so habe ich mich damals mit meinem Rechtsanwalt zusammengesetzt, 2021, haben wir das Ganze mal durchgeleuchtet. Thema Nutzungsänderung, wie ist das? Kann ich ein Büro zu einer Ferienwohnung machen und so weiter? Und da hat sich irgendwann komplett dieses Bild ergeben. Ende 2021 haben wir dann eine komplette Etage in Lippstadt übernommen, ehemalige Büros, umgebaut zur Ferienwohnung. Gar kein Problem, waren die normale Wohnungen und seitdem sind wir da geblieben. Jetzt gibt es verschiedene Level davon. Also natürlich gibt es irgendwie große Hotels oder Boardinghäuser, so wie sie jetzt zum Beispiel für uns gebaut werden. Wir haben erst letzte Woche in Schloss Holte-Stuckenbrock einen Neubau übernommen, der nach meinen Vorgaben entstanden ist. Das ist eine Gewerbeimmobilie, die haben wir im Innenraum mitgeplant, gesagt, so sollen die Grundrisse aussehen. Wir haben ja übrigens hier auch nochmal ein YouTube-Video, was ich da einblenden kann. Und das ist natürlich jetzt nicht etwas, womit man anfängt. Aber es gibt es Projektentwicklungen in diesem Bereich, ja, wirklich Neubauten, die man akquirieren kann. Auch in Rosenheim zum Beispiel haben wir zwei Etagen mit 19 Apartments komplett im Neubau entstanden. Und auch das, gewerbliche Immobilie, diese beiden Etagen von Anfang an vorgesehen für Kurzzeitvermietung. Also es gibt diese Ausprägung. Natürlich gibt es auch alte Hotels oder Pensionen, auch Gewerbeimmobilien, die du übernehmen kannst. So etwas findet man bei ImmoScout, wenn man aufmerksam entsprechend da reinschaut, ja. Und das ist, ich sage mal, das Größere. Aber was viele nicht verstehen, ist einfach, dass man mit Gewerbeimmobilien auch sehr, sehr gut anfangen kann. Denn es gibt nun mal Büroflächen, es gibt Praxen, teilweise auch Einzelhandelsflächen, die sich wunderbar vom Schnitt her eignen, dass man da also nicht ein Büro reinsetzt, sondern daraus vielleicht eine Ferienwohnung macht. Und ja, man kommt vielleicht nur auf 90 Prozent des, ich sage mal, ja, Grundrisses, den man jetzt in einer normalen Wohnung finden würde. Aber diese 90 Prozent reichen, denn die Gäste, die du empfängst, die sind ja nicht da, um dort monatelang zu wohnen, sondern die sind immer nur für kurze Aufenthalte da, haben deswegen auch andere Anforderungen an so eine Ferienwohnung, als sie an die eigene Wohnung hätten. Und jetzt gibt es da draußen Büros 70, 80, 90 Quadratmeter, da ist eine Dusche drin, wird sehr häufig sogar beim Neubau gemacht, auch bei Praxen. Immer wieder gibt es Praxen, da sind auch ganze Bäder drin mit Dusche oder Badewanne. Das heißt, das ist ja der wesentliche Faktor. Was brauchst du denn? Du brauchst irgendwie Schlafräume, du brauchst einen Wohnbereich, wenn es zumindest irgendwie einen geben soll, wenn es kein Studieapartment ist. Aber ansonsten brauchst du eine Küchenzeile, in Büros normalerweise eh immer drin. Da muss auch nicht unbedingt ein Backofen drin sein. Wir zum Beispiel in unseren Neubau bauen keine Backöfen ein. Das hat aber eher mit Reinigung zu tun. Und du brauchst ein Badezimmer. Und das gibt es nun mal in vielen Gewerbeimmobilien. Und selbst wenn es das nicht gibt und die Wasserstränge passend verlaufen, dann kann man mit den Eigentümern, die bei Gewerbeimmobilien sowieso offener sind als bei Wohnimmobilien, auch durchaus darüber verhandeln, hey, bau mir doch bitte noch ein Badezimmer ein. Dafür bin ich auch bereit, vielleicht ein bisschen mehr Miete zu zahlen oder ein bisschen länger den Vertrag zu gestalten. Das ist also häufig kein Problem und machbar, wenn da die Offenheit auf der anderen Seite auch entsprechend da ist. Und wenn du jetzt so eine Immobilie findest, 90 Quadratmeter Büro mit Badezimmer, passend geschnitten, Küchenzeile ist auch eine kleine drin, dann musst du noch gucken, wie stellst du Schlaf- und Wohnbereiche. Aber dann kann man da durchaus eine Ferienwohnung draus machen. Und natürlich sollte man dann entsprechend prüfen, kriege ich sie dort überhaupt genehmigt? Ja, Bebauungspläne der Stadt, darf hier überhaupt eine Ferienwohnung sein? Darf hier überhaupt ein Beherbergungsbetrieb eingerichtet werden? Aber das kann man ja alles prüfen. Und das Ding ist, dadurch, dass momentan so wenig Nachfrage nach Gewerbeimmobilien da ist, kommst du jetzt um die Ecke und sagst, hey, wenn sie mir ein Badezimmer da einbauen, dann kann ich das als Ferienwohnung betreiben. Da müssen sie sich zwar noch um die Genehmigung kümmern, aber danach bin ich gerne bereit, das auch für mehrere Jahre anzumieten. Und teilweise ist es sogar so, dass Gewerbeimmobilien weniger Miete kosten als Wohnimmobilien und vielleicht auch besser gelegen sind für deine Gäste. Denn zum Beispiel eine Ferienwohnung irgendwo in der Nähe von einem Gewerbegebiet, wenn deine Zielgruppe Business-Gäste von diesem Gewerbegebiet beispielsweise sind, ist natürlich da besser aufgehoben als irgendwie auf einem anderen Ende der Stadt in irgendeinem Wohngebiet. Auf jeden Fall gibt es diese Immobilien da draußen. Ja, vielleicht nicht wie Sand am Meer, aber es gibt sie. Und danach muss man suchen. Ich finde da immer wieder neue Objekte, die sich dafür eignen würden. Aber du kannst sowas übernehmen, ja, für den Einstieg irgendwie ein kleines Büro mit zufälligerweise einer Dusche drin oder einem Eigentümer, der sie dir einbaut. Du kannst natürlich auch nach Büroetagen suchen, wenn du schon etwas weiter bist. Das sind Sachen, die machen wir mit unseren Kunden zum Beispiel im Corporate-Training, wo ganze Büroetagen umgebaut werden. Da gibt es Eigentümer, und wir haben ja selber mit solchen zusammengearbeitet, die eine komplette Etage nach deinen Anforderungen umbauen, um sie dir dann fünf oder zehn Jahre zu vermieten, weil es besser ist, als einen normalen Büromieter reinzunehmen. Weil sie eh umbauen wollten, weil sie eh aufwerten wollten. Und jetzt kommst du und sagst, hey, wir machen fünf oder zehn Jahre und wir machen komplette Neugestaltung. Teilweise steht das ja sogar in den Exposés drin. Wenn du dich mal umschaust bei ImmoScout oder so, da steht teilweise bei den Büroimmobilien, bei größeren sogar drin, Ausbau nach Mieterwunsch. Das heißt, da wird dir ja schon die Offenheit suggeriert, hey, wir können hier gerne nach deinen Vorstellungen das Ganze anpassen. Und der Ausbau nach Mieterwunsch ist halt dann, dass man zum Beispiel sagt, hey, auf diese Etage kommen sechs zum Beispiel Studio Apartments und ein Lager und so weiter, Flur. Natürlich ein bisschen komplexer, nichts für den Einstieg, das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Oder zu guter Letzt direkt die Übernahme von einem Hotel oder einer Pension oder einem Boardinghaus. Auch das findet man immer wieder auf den Portalen. Also ich habe selbst unseren Standort in Rosenheim, der war mal bei immowelt.de eingestellt. Also das hat es so ein bisschen mit Gewerbeimmobilien auf sich. Und jetzt muss man eins zu guter Letzt noch verstehen. Man schließt natürlich andere Verträge bei Gewerbeimmobilien als bei einem Wohnraummietvertrag. Da gibt es keinen unbefristeten Mietvertrag, sondern das sind Mietverträge mit ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahren Laufzeit. Aber wenn man es richtig macht und man würde jetzt eine normale Wohnung anmieten für Kurzzeitvermietung, dann ist der Wohnraummietvertrag eh der falsche. Den kann dir ein Eigentümer komplett auseinandernehmen, weil der vorn und hinten nicht passt. Da habe ich hier auch nochmal ein Video mit unserem Rechtsanwalt aufgenommen. Das heißt, selbst wenn du eine Wohnung anmieten würdest, bräuchtest du eigentlich eine Art Gewerberaummietvertrag. So, dann macht es ja keinen Unterschied auf Vertragsseite, ob das jetzt eine Wohnimmobilie ist oder eine Gewerbeimmobilie. Weil der Mietvertrag muss eh für einen gewerblichen Zweck ausgelegt sein. Womit du ohnehin bei einer Vertragslaufzeit bist. So, und die muss man natürlich auch passend wählen, da muss man gut verhandeln können. Aber auf jeden Fall ist das der Schlüssel. Weil damit kann man mal richtig wachsen. Da gibt es sogar Konstellationen, wo Eigentümer einem Geld bezahlen für die eigene Möblierung. Ja, da kann man überall drüber sprechen. Und dann kann man tatsächlich auch richtig skalieren. Gewerbeimmobilien auf jeden Fall sind für mich der Schlüssel zum Erfolg für die nächsten Jahre, um Kurzzeitvermietung eben vernünftig betreiben zu können. Und zum einen besser wachsen zu können, aber zum anderen auch mit den regulatorischen Anforderungen, die immer und immer mehr kommen, da hast du auf einmal gar kein Problem mehr damit. Und da bist du auch nicht mehr irgendwie in der Diskussion rund um das Thema Wohnraumverknappung mit dabei, weil es ist gar kein Wohnraum. Dortmund, haben wir 30 Apartments, da war früher die GEMA drin, das war nie ein Wohnraum. Das heißt, aus der Diskussion bist du dann entsprechend raus. Und über dieses Thema Gewerbeimmobilien, wenn da mehr Leute wirklich das Ganze so umsetzen, dann kommt natürlich auch das ganze Thema Kurzzeitvermietung nochmal in der öffentlichen Wahrnehmung in ein ganz anderes Licht. Und ich hoffe, damit hast du heute mal ein bisschen Überblick bekommen über das Thema Gewerbeimmobilien. Und ich weiß, dass andere Coaches darüber eigentlich so gut wie nichts erzählen, teilweise sogar davon abraten. Das liegt aber meistens daran, dass sie selber noch nicht geschafft haben, irgendeine Gewerbeimmobilie an den Start zu bringen oder da gar nicht sich die Mühe machen, hinterher zu gehen, was ich total schade finde. Aber nun gut, dafür gibt es uns und wir können dir dabei helfen, mit dem Thema Gewerbeimmobilien zu starten. Dazu kannst du dich gerne mal uns melden auf bnbprost.com, trägst dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann schauen wir mal, wo du gerade stehst und wie Gewerbeimmobilien dich im Thema Kurzzeitvermietung zum Erfolg führen können. Ich würde mich freuen, dich in diesem Bereich zu unterstützen. Danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers, bye, bye.